einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einen neuen univer shoppen ich weiß jetzt nicht ob ich das als einzelne video so lasse oder ob ich da noch was anschneiden werde kommt halt darauf an weil ich habe jetzt nur zwei drei sachen also viel ist nicht das ist gerade gekommen das machen wir gleich ich habe einmal hier bei amazon eine drei meter steckdosen verlängerung geholt fürs sofa für die steckdose dahinter dann habe ich mir das habe ich ja schon angebaut das kann ich euch nicht zeigen so eine wandhalterung für boxen geholt von vogels man das sehnt das ist diese hier also nicht die box also nur die halterung da sind zwei stück in der packung drin sind größer als ich gedacht habe ehrlich gesagt ich habe gedacht das sind so kleine dinge dabei sind die so große war auch alles mit bei die schrauben waren mit bei für die mit dübeln für die wand und hier ein haufe schrauben für verschiedene verschiedene größen von boxen weil manche haben ja hinten so ein schraubgewinde wo man sie dann festschrauben kann ja und da haben sie hier verschiedene schraubgewinde aber die meisten sind ja die gleichen größen aber die haben verschiedene längen halt also von lang bis mittel bis kurz das alles mit bei und ich habe am heute ist montag ich habe frühe woche samstag samstag mein amazon gutschein bekommen und habe mir was geholt was ich mir gewünscht hatte und zwar die fire tv pro fernbedienung die neue da wäre ich dann auch ein unboxing zu machen und ein hardware video ich weiß noch nicht ob ich das hardware gleich mache wenn ich den ersten benutze oder halt erst nachher einstellen ich glaube erst nachher einstellen weil die ist genauso wie die wie die anderen fire tv fernbedienung der einzige unterschied ist hier wir haben hier zwei tasten die man programmieren kann eins und zwei sie hat licht über die ganze fernbedienung sie hat hier für kopfhörer laut und leise knopf also nicht laut und leise für 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 oder allgemeinen kopfhörer knopf da bin gespannt wir haben hier plus minus laut leise leise haben wir unten amazon netflix alle tasten aber auch da die mit den drei strichen zurück haus vor und zurückspulen play an und aus den alexa knopf haben wir das rad haben wir und halt wie sagt diesen kopfhörer knopf da bin gespannt wie das funktioniert und was man das machen kann und vor auf die das licht hat dass man zeit besser findet oder besser stellen kann weil die neuen fernbedienung mit denen so vielen knöpfen da komme ich immer noch durcheinander ich bin immer noch die alten gewöhnt wo ein paar knöpfe weniger drin ist drin sind und da verschaltet mich schon mal weil die da war die anordnung von laut leise und so hat alles auch ein bisschen anders da war eine mitte jetzt ist der links ganz ernst nach links rüber wandert ja wir können denn die programmieren knöpfe und zwei apps zu weisen oder ein einstellungen menü punkten oder was weiß ich zu weisen da bin ich sehr gespannt drauf wir können die fernbedienung finden wenn man sie mal verloren haben dann sagen alexa wo ist die fernbedienung und dann piept die hier und dann sollen wir sie besser finden die soll auch gut in der hand liegen da bin ich mal sehr gespannt was ich schon im vorfeld weiß hier sind wieder batterien drin also da würde ich mir dann auch mal fest verbauten akku wünschen den man mit usbc aufladen kann zum beispiel da ist ja eine pro pro fernbedienung oder vielleicht auch auf der rückseite halt so wie bei samsung ist so ein solarmodul wo man dann halt einfach wenn man weiß jetzt ist nachts jetzt ist abends ich mache ja alles aus morgen früh weg im fernsehen gucken da muss ich auf arbeit muss zum arzt was weiß ich und dann legt man sie gleich verkehrt rum auf den tisch und dann kann sie halten der zeit wo man unterwegs ist also nachts natürlich nicht weg da ist dunkel aber früh ist dann halt strom tanken oder halt automatisch wenn man die fernbedienung ausmacht dass man dann halt automatisch immer auf dem rücken packt wenn man mal einen tag zum beispiel ja nicht fernsehen guckt oder so oder halt erst späten mittag oder so dann liegt es halt schon vormittag wo und kann schon sonne tanken das wäre halt mal eine sinnvolle erweiterung und ich hoffe dass sie geil an der hand liegt weil ich muss echt sagen und ich sage union weil ich bin ja ein kleiner amazon fanboy die fernbedienung vom neuen fire tv cube 3 ist beschissen es ist wirklich so sie ist beschissen sie ist scheiße verarbeitet sie knarrt sie fühlt sich nicht so wertig an wie die fire tv fernbedienung davor sie ist total leicht das plastik fühlt sich halt auch billig an die spaltmaße an der seite sind auch ein bisschen größer also im ersten es kann sein dass sie dann natürlich mehr geld reingesteckt damit in die entwicklung dieser fernbedienung und dass sie noch mal optimiert haben und so aber rein vom empfinden her wenn man die fire tv fernbedienung endlich hatte sie box 1 box 2 dritte box war ja keine box war ja auch so art dongle dann us cube deutsche cube 1 deutsche cube 2 wo denn die besser verbesserte fernbedienung mit bei war jetzt der cube 3 stick beim kollegen auch den stick max ihr habt im test also konnte die fernbedienung gucken und so und da waren die fernbedienung alle wertig die haben sich alle wertig angefühlt dass man hat was in der hand man konnte vernünftig stellen und die neue die knackt man macht man drückt der drehchen für links rechts hoch runter es knackt man macht vor zurück ist man macht lauter leiser egal was sie knackt also leicht aber man hört zeit und sie fühlt sich nicht so wertig an auch die knöpfe und so wenn man drückt es fühlt sich halt nicht so an wie die anderen es fühlt sich billig an wie von von so einem feiert die feiert die wenig aber wie von seiner china android box mit so mit seiner billig fernbedienung wo man angst muss haben muss wenn man zu doll drauf drückt dass sie durchbricht und hoffe dass das hier jetzt nicht so ist ich werde jetzt auch keinen abschluss machen vielleicht mal später noch ein abschluss vielleicht kommt ja auch noch was dazu ich weiß es nicht ich will aber jetzt hier nicht ewig warten um die benutzen zu können die kleine hat nämlich hier schon ausgepackt durfte sein und jetzt wollen wir sie anbauen testen und dann mal gucken ein wunderschön und da bin ich auch schon wieder zurück mit einer ergänzung zu dem oliver shoppen was ich vorhin schon also praktisch vor ein paar tagen für euch vorhin also eben neben aufgenommen habe das wird wahrscheinlich dann nächsten sonntag wenn diese düne wird der nächsten sonntag online kommen diesen sonntag kommt ins da aber nicht wundern dass es so viel ist das video war diesen sonntag wird ihr seht praktisch für euch jetzt praktisch hohen sonntag das sind alle sachen die sind von anfang februar wir haben jetzt anfang märz das sind alle von februar sachen wo ich nicht dazu gekommen bin zu bearbeiten und und rechtzeitig hochzuladen deswegen kommt am anfang märz ist von anfang februar wo ich beim gamestop war die leute bei den livestream geguckt haben wissen es ja aber nichtsdestotrotz habe ich ja noch sachen gekauft und die werde ich euch jetzt zeigen ich habe eigentlich viel zu viel gekauft ich habe sachen gekauft die ich eigentlich jetzt noch nicht kaufen wollte aber auch nur weil ich richtig geile angebote gekriegt hatte oder weil es geile angebote waren die einfach zu schön waren um wahr zu sein und ich hatte gott sei dank die möglichkeit das alle zu finanzieren dadurch felgen verkauft und hast nicht gesehen ja ist ja gut aber ich bin schuldenfrei also nicht dass er denkt ich habe mich da irgendwie verschuldet ich bin safe so ich habe ich habe davon nur eine jetzt hier bei lidl habe ich acht schalen oder wartet waren sechs acht oder acht schalen die sind so leicht durchsichtig aus plastik kann runterfallen kann nicht kaputtieren ist bei kindern halt gut so ja was lustiger ja tiger ist gerade sehr schmuse bedürftig manchmal schon so ein tag wie sieht nicht aus 4 99 bezahlt braucht man dann wo fangen wir denn da jetzt am besten noch an ich weiß nicht habe ich weiß nicht ob ich es im letzten teil des videos weil es ein paar tage her ist wo ich es auch mir sagt habe ich habe mir die fire tv pro fernbedienung holt da wird es auch noch ein unboxing und ein hardware video zu geben kann ich euch schon spoilern absolut geil lohnt sich dann weiß ich auch nicht ob ich das im letzten video erwähnt habe weil josie hat mir alle durcheinander gebracht ich habe mir so so boxen wandhalterung gekauft hat man so gesicht weg machen so boxen wandhalterung gekauft hoffe das verklappt jetzt mit dem zoom das ist jetzt alles gerade so ein bisschen testen weil ich habe zoom auf manuell gemacht quatsch fokus auf manuell gemacht und fokus fällt breit und hatte dann halt immer fokussiert ich werde aber wahrscheinlich noch mal auf fokus fällt auf mittig machen ich habe mir auch die soundbar habe ich mir auch gekauft die satte sage ich jetzt nur hier dass ich eine soundbar gekauft habe da wird separates video zu geben kein unboxing weil es schon alles angebaut ist nicht die soundbar geworden die ich eigentlich wollte ich wollte eigentlich eine soundbar im weiteren weiter unteren bereich also jetzt nicht die high end modelle wollte ich sondern ein stück weiter drunter ist eine samsung soundbar geworden kann ich schon mal verraten ich wollte halt weiter drunter sein weil mir die anderen zu teuer waren ich zeige 1000 euro für eine soundbar jetzt hat er das nicht dran aber endeffekt ist es nicht die soundbar geworden die ich eigentlich wollte es ist eine von weiter oben geworden weil die einfach der preis unschlagbar war weil ich hatte mir einen preis gesetzt und die soundbar die ich wollte ich wollte entweder drei nach gott stand da drauf drei drei zu zwei zu eins also drei zwei eins oder halt die fünf 12 oder wartet war also ist ja mit mit satelliten boxen und mit der pufer und so ein soundbar also ich wollte halt weiter drunter da war mir der preis aber zu teuer und ich habe auf ein angebot gewartet dass wenn ein angebot kommt bei otto amazon irgendwo dass man da dann zuschlagen kann denn meine soundbar wüsste ja hat ja langsam den geist gegeben und das war jetzt höchste eisenbahn weil meine dann auch schon ab und zu ausgehangen ist jetzt also nicht ausgehangen sie war an aber kein ton und es war nicht mutig habe über die fernbedienung also apple guckt habe über fernbedienung macht das war nichts und genau wie beim fernseher wenn es kommt dann kommt es dicke und die ist halt was drüber über die die ich eigentlich wollte aber auch nur weil der rabatt so geil war ja nehmen wir mal so mit x römme x kostet die und dann war die bei otto im rabatt also im sale um so und soviel prozent gesenkt zusätzlich gab es aber bei otto hoch gab es ja bei otto gibt es ja mal so passwörter nur was man eingeben kann dann gibt es immer zehn prozent 20 prozent rabatt und so gab es halt auf bestimmte technikprodukte gab es halt auch noch mal in 20 prozent rabatt oder was das war ich weiß es jetzt aus dem kopf gar nicht also praktisch die wurde schon gesenkt dann noch mal die den rabatt und ruf den otto da in der aktion hatte das hat auch funktioniert hätte das nicht funktioniert dass nur der rabatt ist und der gutschein code halt nicht funktioniert weil das schon im rabatt ist hätte ich auch nicht gemacht aber praktisch war rabatt mit dem gutschein noch mal rabatt dann hatte ich noch geld auf meinem otto konto sozusagen durch punkte einlösen weil ich bin ja otto ab mitglied dass du gratis versandt hast und ich habe für meine mutter in die vier fahrer holt schrank geholt für mich in kühlschrank für meine frau im kühlschrank alles bei otto bestellt habe ich auch video zu gemacht wisst ihr ja weil unsere kaputt gehen und gegangen sind irgendwie näher sich das ja alles also ich hab das gefühl ich muss nach und nach alles irgendwie neu kaufen maus kühlschrank fernseher hat geist auf jedem jetzt die soundbar halt naja egal und dann hatte ich halt da noch geld drauf und das waren auch nicht wenig dadurch dass ich da richtig punkte gesammelt hatte und ich ja noch punkte hatte von davor und davon die ich eingelöst habe und zusätzlich habe ich noch über payment payday pay 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 paypal ist die bezahlappt ich vergesse den namen immer payback payback punkte eingelöst weil ich ja immer auf die payback seite gehe dann zu otto und einkaufe also haben die einkäufe bei otto jetzt sieht für mein Otto ab, dass ich da Punkte gekriegt habe und das in Geld umwenden konnte. Und bei Payback habe ich auch Punkte gekriegt. Und da war auch Aktion so und so viele Punkte bei Technik, so und so viele Punkte mehr bei Küchenprodukten und dann, was weiß ich, nochmal Pluspunkte und was weiß ich alles. Und konnte dafür auch nochmal zwei Gutscheine machen. Warum zwei? Weil ich so viele Punkte hatte, dass es keinen höheren Gutschein gab. Also musste ich den gleichen zweimal holen. Und habe dadurch halt praktisch die ist runtergesetzt worden. Dann Rabattaktion durch den K, dann Otto ab und nochmal den von Payback. Dass ich dann im Endeffekt für die so viel bezahlt habe, was ich die kleine wenn sie im Rabatt gewesen, also ein bisschen runter gegangen wäre vom Preis, holen wollte. Sonst hätte ich sie nicht geholt. Also war unschlagbar. Ja, dann habe ich bei Adi Express werde ich euch auch verlinken, Mario Kart Karten gekauft. Dann sieht man, muss ich jetzt hier fokussieren. Ja, wieso? Machst du nicht? Doch, mach da. Mario Kart Karten gekauft. Und dafür kriegt man dann halt die Figuren, also die Kostüme. Machen wir mal so. Da kriegt man die Kostüme dann. Und das ist halt Mario, Kirby, Pikmin, habe ich auch bei Josie gleich im Profil aktiviert, dass er halt eine Kostüme hat. Link, in Zelda, Luigi, Rosalina, also das ist die Prinzessin. Heißt die nicht eigentlich Peach? Josie, heißt die Prinzessin nicht eigentlich Peach? Ja. Hier steht Rosalina drauf. Welche meinst du? Gibt es da mehrere bei Mario? Ja. Bitte. Ja. Okay. Dann Toad. Dann den von Animal Crossing. Pac-Man. Ach, hier kommt Peach. Hier habt ihr doch mehrere. Peach. Dann Marie von diesem Farbenschießspiel. Fox von Star Fox. Für mich ganz interessant gewesen. Bowser. Donkey Kong. Sonic. Josie hatte ich ja schon, aber ist halt mit bei, ist ja so ein Komplettding. Mario. Captain Falcon. Zero Suite Sam, keine Ahnung. Und Mega Man Gold Edition. Und ich hatte vorher schon geguckt, die waren aber alle so teuer und ich gebe dafür keine 24 Euro aus. Das ist mir persönlich einfach zu teuer. und AliExpress, wie ist das ja? Ich bin ja angemeldet gewesen, nach was ich geguckt habe. Und dann kam eine E-Mail. Hier, könnte dich interessieren, so nach dem Motto, wie bei Amazon auch kommt. Und die habe ich jetzt gekauft mit Versand. Also 3 Euro war Versand. 5 Euro, ich bin mir nicht sicher, 9,40 oder 9,50. Also 2,49 Euro oder 2,59 Euro habe ich für die Karten bezahlt. Dann habe ich ja den Erweiterungspass für Mario geholt, also für Mario Kart von meinem Guthaben von GameStop, was ich noch habe, weil mir hat Berlin gut gefallen und Frankreich, also Paris und so, bei den neuen Strecken. Und ich konnte sie ja schon spielen durch Hanza, weil der sie hatte und wir zusammengespielt haben, dann konnte ich die mitbenutzen. Das hat mir sehr gefallen und deswegen habe ich mir die Erweiterung geholt gehabt. Ja. Dann habe ich mir geholt, weil ich ja die PC-Ecke, die Verkabelung neu machen will und alles ein bisschen übersichtlicher und verringern will, weil ich habe ja die Elgato-Cam, wenn ihr das Video das Olima-Shoppen da vorgesehen habt, was ich hier bei GameStop geholt habe, für meine Punkte, also mein GameStop-Guthaben, wo ich die Spiele und Playstation hingebracht habe und so, habe ich mir jetzt USB 3.0-Verlängerungskabel geholt. Einmal zwei Meter und einmal ein Meter ist hier drin. Damit möchte ich mein Kartenlese-Teil möchte ich halt verlängern und das ist unter dem Monitor, da reicht ein Meter aus und dann möchte ich und der 2.0-Verlängerungskabel wird dann für das Stream Deck genommen, damit ich das auch nochmal verlängern kann, da reicht ein 2.0 aus und den langen, den zwei Meter, den nehme ich für das Headset, weil ich habe ja die Turtle Beach und das Logitech G935 und je nachdem, ob, wenn ich Ohrenschmerzen habe, wenn es mir hier wehtut oder so, dann kann ich die Turtle Beach nicht aufsetzen, weil das ist so eng drauf und das tut mir im Ohr weh, das tut mir alles weh, ich kriege Kopfschmerzen, tut mir noch mehr weh, das Ohr. Dafür habe ich mir das Logitech nochmal geholt, weil das locker sitzt und ja, dafür habe ich den, weil den habe ich dann oben auf dem Monitor und bei der Cam hinten drauf und dann bräuchte ich den einfach nur runternehmen, Stick abmachen, neuen Stick rauf, fertig. Also ich habe nicht beide gleichzeitig in Benutzung, deswegen habe ich mir das geholt und dann habe ich nochmal ein geiles Angebot gekriegt, also nicht wundern, die Verpackung sieht sehr, sieht nicht schön aus. Meine, wie gesagt, geht ja irgendwie nach und nach hier alles kaputt, ist mir meine Maus kaputt gegangen, also ich habe den Stream vorbereitet mit der Maus, alles im Stream noch die Maus benutzt und auf einmal im Stream wollte ich gerade für euch irgendwas gucken, geht das Mausrad nicht mehr. Klickt nicht mehr, gar nichts mehr, einfach von jetzt auf gleich tilt. dann habe ich meine Rocket wieder rausgeholt, die hatte ich ja im Schubfach, also praktisch im Hocker und dann am PC-Tisch, die hat aber auch, was ich vergessen hatte, hatte schon vom Mausrad ja auch schon so eine kleine Schwäche, dass halt nicht gleich jeder Klick zählt, also dass du ein paar Mal runter machen musst, dass er halt runter geht, hat mich dann auch angestunken und ich wollte mir die MX Master holen, also MX Master 3 ist jetzt die MX Master S geworden, nachdem ich mich mit, also nachdem ich Soulflyer gefragt habe, Rudi hat mir die ja auch schon empfohlen und Soulflyer hatte ich dann gefragt, weil Soulflyer macht ja viel mit Papierkram, erstmal größer gehen raus an Rudi und Soulflyer und Soulflyer hat gesagt, ihr schwört auf die, der ist begeistert, die liegt gut in der Hand und er nutzt die zu, ja ne und hat auch vorher schon die Master irgendwie benutzt und jetzt hat er halt auch Silent, also auch S und dem Benen vertraue ich, wenn sie sagen, die sind damit zufrieden, dann sind sie zufrieden, also Rudi hat es ja nicht, Rudi hat es nur gesagt, wie hat weiß von anderen und ich wollte sie eigentlich kaufen, aber jetzt noch nicht, weil wie gesagt, die kostet momentan, wenn sie runtergesetzt ist, momentan ist sie überall im Angebot, im Schnitt zwischen so bei 84, 85, manchmal 89 Euro, ja und bei Amazon im Warenhausdeal war sie auch drin, also praktisch so wie hier, ausgeliefert, auch wenn ich doch nicht und wieder zurück, also ist nicht so, dass sie jetzt ein halbes Jahr benutzt wurde, oder so, ne, das ist ein Rückläufer, der wurde ausgeliefert, wollte derjenige nicht oder konnte nicht zahlen und dann ging sie wieder zurück und da kostet sie bei Amazon im Warenhausdeal 82 oder 83, also 2 Euro oder so weniger, als sie neu kostet und sag mal, das ist kein Warenhausdeal für mich, da ist sie 2 Euro, lecker, das, ne, und dann habe ich sie bei Amazon gesehen und hatte mir da ein paar auch eine Beobachtungsliste gepackt und so, ich wollte sie aber, wie gesagt, noch nicht jetzt kaufen, klingt jetzt doof, aber wollte ich halt wirklich nicht, aber dann war halt der Anbieter, der die angeboten hatte und der hatte die Möglichkeit, also der war schon, äh, war, wie sagt das ja, sozusagen ein Warenhausdeal, wenn man es so beschreiben will, die war jetzt, äh, so um die 8, 9 Euro günstiger, als wenn man sie neu kauft, das ist dann schon mal ein Warenhausdeal, wo man sagen kann, oh, ist okay, ne, das ist okay, da kann man ja mal drüber nachdenken, aber er hatte auch die Möglichkeit, Preisvorschlag, und dann habe ich einen Preisvorschlag gemacht und bin nochmal 10 Euro runtergegangen und ich wusste, dass er die 10 Euro nicht macht, weil das ist einfach zu viel, aber er kann ja einen Gegenvorschlag machen oder einfach nur ablehnen. Ich habe auf den Gegenvorschlag gehofft, der Gegenvorschlag sah dann gut aus, dass er nochmal 8 Euro runtergegangen ist, also bin ich jetzt hier so bei im Schnitt 16, waren glaube ich 16 Euro Ersparnis, muss ich mal durchrechnen, ich habe das nämlich nicht so genau im Kopf, Taschenrechner, so ein 85, ich rechne mal mit runden, so ein 85, minus 16, ja, ja genau, kommt hin, ja, und dann halt unten drunter war nochmal mit dem Code Technik23 nochmal Rabatt, von um die 8 Euro, ja, 8 Euro so in etwa waren es und Versand war sowieso null, also Gratisversand und ich wusste nicht, funktioniert das oder funktioniert das nicht, nimmst du, wenn du den Deal jetzt annimmst, sparst du zwar 16 Euro, ist aber trotzdem nur heftig und das funktioniert nicht, dann ist auch doof, aber ich habe gedacht, testest du das einfach mal, gut Glück, habe dann gesagt, den Gegenvorschlag, den akzeptiere ich, der klingt okay und habe dann halt den, wie gesagt, den Warenkorb packen und dann habe ich dann halt den Code eingelöst, Technik23, müsste mal gucken, vielleicht klappt da bei Ebay so ja noch bei Technikprodukten, Technik, groß geschrieben, 23, ohne Freizeichen dazwischen, ähm, und habe dann halt nochmal 8 Euro Rabatt gekriegt und ich war, ja doch, so ein ziemlich genau, ja ein paar, 61 Euro, ich war bei 61 Euro, irgendeine krumme Zahl, irgendwas dahinter, 33 oder irgendwie, ganz komisch war ich, äh, ja, 61 Euro habe ich dann bezahlt dafür und ich sag mal, für eine, für eine, das ist ein guter Deal, 61 Euro, das ist schöner Sparnis und das, da habe ich dann gesagt, da, da, kriegst du, wenn es ein Black Friday für 64, 65 Euro drin ist oder, äh, 60 Euro, kriegst du nicht billiger, da kannst du dann zuschlagen und deswegen habe ich zu mir geschlagen. Ich hoffe, dass ich mich nicht, wie gesagt, ist noch nicht ausgepackt, sieht auch ein bisschen wild aus, die Ecken sind abgenutzt, äh, äh, sieht ein bisschen, hm, ich hoffe, ich habe da nicht in die sch, gegriffen, das werden wir gleich sehen, ich mag gleich das Unboxing dazu, aber ich glaube und ich hoffe nicht, dass ich in die sch gegriffen habe, weil ich hatte ja mit dem G935 auch, äh, in, sozusagen B-Ware gekauft und, die, das hat mich nicht enttäuscht, das funktioniert super, funktioniert immer noch super, es ist ein bisschen leichtgängig von, vom Hoch- und Runterziehen und vom Drehen, also das ist sehr, sehr leichtgängig alles, leichtgängiger als ich gewöhnt bin vom, vom G-Headset, aber okay, äh, macht das, was das soll und, äh, der Zustand sah halt auch sehr gut aus und, äh, hat mich nicht enttäuscht und das habe ich ja auch für, 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 für irgendwas in der 50 gekriegt oder, äh, so, aber kauft euch nicht das G935, das ist ein Scheiß-Headset, hat Fehler, das geht schnell kaputt und es ist nur Plastik, kauft euch nicht, nur ich bin so doof und kauft das, weil der Sound gut ist und, weil es locker sitzt und nicht so fest wie die Turtle Beach wegen meinen Ohrenschmerzen, weil ich keinen geilen Sound habe, weil ich zocke und streame, ne, so, aber nichtsdestotrotz, das soll es jetzt auch gewesen sein, ich bin eigentlich viel zu, viel, viel zu lange mit bei, äh, wie gesagt, dafür wird es ein Unboxing geben, Hardware wird es dazu nicht geben, das mache ich im Unboxing gleich mit bei, weil es ist nur eine Maus, ein Dongle mit bei, ähm, das Video ist schon fertig, das wird, äh, Unboxing Hardware wird demnächst online kommen und zu Soundbar wird dann halt separat noch was kommen, da, da will ich auch noch zum Fernsehen ein Video machen, wie ich mit dem Fernseher zufrieden bin, nachdem er repariert ist und, äh, was noch, und, und, ach, und ein Video zu meinen Bildeinstellungen, das werde ich wahrscheinlich heute Abend oder morgen machen, das weiß ich noch nicht, so, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg, ich hoffe, hat euch gefreut, wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen, äh, jetzt wird aber erstmal, jetzt wird erstmal nichts mehr gekauft, jetzt, es sei denn, jetzt irgendwas kaputt, ah, da, Kratzbaum, Kratzbaum wird noch demnächst, da muss ich jetzt erstmal gucken, welchen ich mir hole, da habe ich so ein paar ins Auge gefasst, ich werde wahrscheinlich nicht wieder so einen Deckenhohn nehmen äh, und muss halt von, von der Breite aufpassen, dass er halt da in die Ecke passt, für den Tigerbaby, und, und der muss unbedingt diese, diese, diese coole haben, wo er dann halt, so mit diesem Ring, mit Stoff, wo er dann drin liegen kann, das liebt der, das, nicht, das liebst du, Das muss es unbedingt haben, da bin ich am gucken, das wird es aber jetzt noch nicht sein, und, ja, doch, und dann interessiere ich mich noch, aber, das ist mir jetzt, wie gesagt, ist zu teuer, da spare ich jetzt erstmal noch, auf diesen, ähm, 4K-Adapterstick, für die Switch, dass das Bild nochmal verbessert wird, ähm, da habe ich mir so ein bisschen was dazu durchgelesen, das war ja mal so ein, so ein Kickstarter-Projekt, das soll aber wirklich funktionieren, und ich habe ein paar Bilder gesehen, und das sah ziemlich interessant aus, aber 120 Euro, will überlegt sein, also deswegen, das werde ich mir jetzt noch, nicht so schnell holen, und ich glaube nicht, dass es da so ein Angebot gibt, dass es dann halt, das Ding für 50, 60 Euro gibt, es sei denn, also wenn so ein Angebot drin flattert, dann könnte da sicher sein, dann greife ich zu, weil das ist, äh, die Hälfte ersparen ist, da, bei sowas kann ich nicht, nee sagen, es sei, also da muss ich dann gucken, aber, ja, das kommt auf jeden Fall auch noch demnächst, und da muss ich dann noch weiter sparen, für die Jugendweihe von der Großen, äh, das Geld, was ich ihr so gebe, habe ich schon, das ist überhaupt kein Problem, das war das Erste, was ich gemacht habe, äh, wir wollen aber noch schick essen gehen, und, äh, mal gucken, vielleicht noch ein bisschen was, auf Reserve, dass man noch was macht, die hat, die können sich aussuchen, wo war hin, und was sie will, ja, mal gucken, aber nichtsdestotrotz, ich quatsche wieder schon viel zu viel, bin ich jetzt weg, wie gesagt, Däumchen wäre ein Träumchen, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, Ahoi, seid euer Odi, Odi. 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 Vielen Dank.